Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius' Lebensimpulsen. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick, hier auf Radio Rheinwelle 92.5. In dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Vor letzter Nacht bin ich von einem Segeltörn Kroatien zurückgekommen und da war von Sturm bis Sonne alles dabei. Und so langsam schwanke ich nicht mehr, wenn ich hier an Land gehe, stehe oder sitze, sondern ich komme immer mehr bei mir an. Doch bevor ich wieder ganz hier bin, lade ich dich ein, erst einmal mit mir auf eine kleine Reise zu gehen und dich vom Wind des Lebens tragen zu lassen. Mit Rod Stewart, I am sailing. I am sailing, Rod Stewart. Und da kommen natürlich gleich ganz viele Erinnerungen hoch der letzten Woche, wo wir zu fünft Segeln waren in Kroatien. Und da werde ich gleich ein bisschen zu erzählen, aber erst möchte ich erwähnen, worum es heute in der Sendung geht. Denn heute ist Enttäuschung Teil 2 dran. Das heißt, ich lese aus meinem Buch weiter vor. Endlich enttäuscht. Willkommen im Leben. Und mal schauen, wie weit ich heute komme. Doch bevor ich eben zu dem Buch komme, gerne ein paar Takte zu meinen Segel-Erlebnissen. Denn dieses Jahr war es besonders intensiv. Also ich war letztes Jahr schon mal segeln. Ich biete das mit an als Seminar. Das heißt, wir sind eine Gruppe, die da ganz klar Segelurlaub macht und die Gelegenheit nutzt, um zu reflektieren und sich selbst besser kennenzulernen. Und das ungeplante Motto dieses Mal war ganz klar, Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne hat. Denn unsere Pläne wurden vom Wetter ganz eindeutig durchkreuzt. Das heißt, wir hatten zwar am Anfang viel Sonne, schönes Wetter, unglaublich schöne Buchten. Für mich ist eines der vielen Highlights immer, morgens als erstes ins Meer zu springen. Also direkt vom Boot erstmal ins Meer hüpfen, dann lange ausgiebig frühstücken, Kaffee trinken, den ich Hand male. Das heißt, ich habe extra eine Mühle, eine Kaffeemühle mitgenommen, die mit Handbetrieb funktioniert. Und dann sitze ich morgens erstmal da, Mühle male den Kaffee und dann schmeckt er gleich doppelt so gut und am Meer gleich dreimal so gut. Und ja, es fing dann an, dass das Wetter sich ein bisschen geändert hat und wir hatten dann, ich will mal sagen, das Glück, dass wir einen Tornado doch aus ziemlich unmittelbarer Nähe sehen konnten. Also der war, ich würde mal sagen, ein paar wenige hundert Meter weg. Und das hat natürlich dann erstmal einen gewissen Schreck ausgelöst, weil der durchaus auf uns zukam. Und das ist erstmal kein Problem, nur hatte sich unser Segel verheddert, sodass es sich nicht einholen ließ. Und das hat dann, das hat uns dann ein bisschen gefordert. Allerdings der Steffen, Steffen Süße, unser unglaublich guter und erfahrener Kapitän, hat das einfach unglaublich gut gemeistert. Hat uns da sicher rausbuxiert und trotzdem war es eine Herausforderung, da zu reagieren. Und als Team haben wir unglaublich gut funktioniert. Das war einfach schön mitzuerleben. Und die nächste Herausforderung war, dass wir dann angelegt hatten, um das Segel wieder einzuholen. Und dabei haben wir festgestellt, dass aus irgendeinem Grund das ganze Segel runtergerutscht ist und das dadurch so verheddert war, dass es gar nicht mehr reinging. Auch alles kein großes Problem. Unser Käpt'n hat sich dann dort hochgeangelt, hochziehen lassen und hat es wieder gerichtet. Also das lässt sich alles machen. Nur die nächste Herausforderung war, dass ein Gewitter aufgekommen ist, was auf uns zukam. Und wenn das Segel draußen ist, was bei uns der Fall war, eine 50 Meter Yacht, 50 Fuß, nicht Meter, eine 50er Yacht, also es ist schon ein etwas größeres Boot. Wenn da das Segel draußen ist und dann ein Sturm kommt, dann kann einen das doch sehr durchschütteln. Und das hat uns dann etwas unter Druck gesetzt, weil es ein bisschen gedauert hat, bis wir wirklich festgestellt haben, was denn da nicht in Ordnung ist. Und ich kann sagen, wir haben das wirklich last minute geschafft. Also da gibt es ein extra Seil, mit dem man dieses Segel wieder aufrichten kann. Aber bis das dann gelegt war und gezogen war, beziehungsweise verlegt war, ist einfach Zeit vergangen. Und ja, es ging an unsere Kräfte. Gleichzeitig war das, wie soll ich sagen, ich wollte sagen, es war ein wunderschönes Erlebnis, aber wunderschön trifft es dann vielleicht doch nicht. Es war ein, es war eine wertvolle Erfahrung. Das beschreibt es sehr schön. Unglaublich wertvolle Erfahrung. Und dann kam Punkt Nummer drei. Als wir dann am nächsten Tag abgelegt haben, war immer noch viel Wind, war sogar mehr Wind als am nächsten Tag. Und das war einfach eine schwierige Stelle zum Ablegen. Und der Wind hat uns im Nullkommanichts an an die Felsen gedrückt, so dass wir da dagegen gedonnert sind. Und dann ging es halt aufs offene Meer. Und wir wussten einfach nicht, wie stark wir dagegen geknallt sind, wie stark da der Schaden ist. Nur war die Vorhersage, dass es noch mehr Wind gibt, also dass da ein kleiner Sturm auf uns zukommt. Also wieder anlegen war auch keine Option. Und wir sind da so durchgeschüttelt worden. Das war einfach hoch faszinierend. Mit der, also das Land war nie weit weg. Also es war nie eine, für mich keine wirkliche, lebensbedrohliche Situation bestanden, weil die nächste Insel einfach nie wirklich weit weg war. Und trotzdem war es ein sehr herausforderndes Gefühl, überhaupt erst mal durch so einen Sturm zu segeln. Das habe ich noch nicht erlebt. Also wir wurden da sehr durchgeschüttelt und gleichzeitig die Ungewissheit, ob wir da uns irgendwie einen Riss geholt haben oder nicht. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist es glimpflich ausgegangen, weil ich sitze hier und erzähle. Also wir haben uns nur eine kleine Schramme geholt. Das Ruder hat einen kleinen Schlag mitbekommen. Alles in allem ist da nicht wirklich viel passiert. Und wir waren ein paar Stunden auf See mit viel Wellenseegang und viel nasser Kleidung hinterher. Und umso schöner war es, wieder in eine Bucht zu kommen, dort zu ankern, ruhig zu liegen, ins Meer zu springen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer, großer Kaffee-Liebhaber bin, meinen Kaffee zu trinken und wieder zurückzukommen. Ein ein wunderbares Leben, eine wunderbare Erfahrung, was mir wieder zeigt, welche Kraft die Natur hat. Und es hat mich sehr viel Demut gelehrt und auch weiterhin meine Abenteuerlust geschürt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was wir da alles erlebt haben. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt. Wir sind nachts ins Meer, also wir haben immer noch Nachtbaden gemacht. Das heißt, nach dem Essen, wenn es dunkel war, sind wir nochmal vom Boot ins Meer gesprungen. und da haben wir entdeckt, dass im Meer ganz viele leuchtende Punkte sind, wenn wir uns bewegt haben. Also das heißt, im Meer sind so Partikel quasi geschwommen und durch Bewegung haben die angefangen zu leuchten. und also da gibt es einfach keine Worte für. Das ist, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Über uns der Sternenhimmel, unter uns die leuchtenden Punkte und dazwischen wir unglaublich schön. Hold me in Hände auf der Klang. Ja, die Erinnerungen an letzte Woche berühren mich immer noch sehr. Ups. Und ja, auf dem Hinweg hatten wir schon schöne Erlebnisse, denn wir sind auf dem auf dem Hinweg, also wir sind in Sadar gelandet und dann ging es nach Split und da ist unterwegs ein Nationalpark Krka, Krika, also geschrieben K-R-K-A, Krika, wo es sieben Wasserfälle gibt und da konnten wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, schwimmen zu gehen und an der Seite gab es einen kleinen Wasserfall, unter dem man sich auch drunter stellen konnte oder durfte vielmehr. Die anderen Wasserfälle sind abgesperrt. Man kann schon hinschwimmen, aber nicht bis drunter und allein dieser Nationalpark war ein wunderschöner Einstieg und Ja, ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig schwärmen und vielleicht werde ich das zwischendrin auch immer wieder machen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf nächstes Jahr, denn da werden wir das wiederholen, segeln zu gehen, wo steht noch nicht ganz fest, entweder gehen wir nach Griechenland oder wieder nach Kroatien und werden wieder uns durchs Leben schaukeln lassen, sage ich mal. Doch jetzt zücke ich hier nebenbei schon mal erst mal mein Büchlein, was ich vor zwei Jahren veröffentlicht habe und werde da jetzt weiter draus vorlesen. Vielleicht kannst du es hören, wenn ich hier blätter. Endlich enttäuscht. Willkommen im Leben. Es wird ja auch Zeit, dass wir uns enttäuschen und ich hoffe ja, dass du irgendwann diese große Enttäuschung erkennst, dass du dir immer näher kommst, dass du dich immer mehr erkennst, wer du wirklich bist und dazu gehört auch zu erkennen, wer du nicht bist oder was du nicht bist. Das ist meistens der erste Schritt zu erkennen, was bin ich nicht, wer bin ich nicht, wer möchte ich nicht sein, sondern wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich hinter all diesen Facetten? Wer bin ich wirklich, wenn ich tief an meinen Kern komme? Das ist auch der Grund, warum ich die Sendung mache, um diese Erfahrung, um das Wissen zu teilen und dich ein Stück zu begleiten auf dem Weg zu dir. Doch zu dem Buch. Gefühle bedeutet geh hin und fühle und nicht geh hin und verdränge, sonst hießen sie gedränge. Robert Beetz Gefühle fühlen Ein Gefühl ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach und will gefühlt werden. Doch in der Regel haben wir das nicht gelernt. Es kann daher sein, dass der Wille zum Fühlen zwar da ist, aber das Wissen und die Erfahrung fehlt, um den Moment und die Emotionen so sein zu lassen, wie sie sind. Stell dir einmal vor, du hast Hunger und ich frage dich, warum hast du Hunger? Vermutlich lautet deine Antwort ungefähr so, naja, weil ich lange nichts gegessen habe. Und dann frage ich dich, und jetzt, wo du weißt, warum du Hunger hast, ist der Hunger jetzt weg? Nein, natürlich nicht. Und wie reagierst du, wenn ich dir sage, aber du brauchst keinen Hunger zu haben? Spür dich hinein und sage mir, wie du reagierst. Vermutlich wirst du merken, dass der Hunger trotzdem noch da ist. Und dann sage ich dir, naja, aber du hast doch gestern erst was gegessen, du brauchst keinen Hunger zu haben. Vermutlich wirst du merken, dass der Hunger immer noch da ist. Dann sage ich dir, du wirst später etwas essen, du brauchst jetzt keinen Hunger zu haben. Du kannst deinen Hunger für eine Weile unterdrücken, doch wird auch das im Grunde genommen nichts an deinem Hunger ändern. Beim Hunger mag dir das vielleicht sofort einleuchten. Und was, wenn ich dir sage, dass es sich mit all deinen Gefühlen so verhält? Denn selbst, wenn du erklären kannst, warum du dich ängstlich, wütend, traurig, schuldig oder beschämt fühlst, sind die Gefühle immer noch da. Entweder du fühlst deine Gefühle oder du verdrängst sie. Es gibt keine Alternative. Und viele sagen, ja, aber ich habe meine Wut doch schon so oft gefühlt. Warum ist sie denn immer noch oder schon wieder da? Ah ja, du hast ja auch schon was gegessen und trotzdem hast du wieder Hunger. Die Gefühle wollen genauso gefühlt werden, wie der Hunger gestillt werden will. Immer und immer wieder. Das Warum und die dazugehörigen Antworten findest du auf einer Ebene. In deinem Kopf, das ist der Verstand. Das Fühlen findet auf einer eigenen Ebene statt. Das ist im Körper und das sind die Emotionen. Du kannst dich im Kopf Stunden, Tage, Jahre lang oder auch dein ganzes Leben damit auseinandersetzen. Wieso, weshalb und warum du jetzt ein bestimmtes Gefühl in dir hast. Es wird nichts daran ändern, dass es da ist und gefühlt werden will. Wir haben eine bestimmte Einstellung zu unseren Gefühlen. Angst, Wut, Trauer oder Scham wollen wir in der Regel nicht haben. Freude und Glück sind wir schon eher bereit zu fühlen, aber auch diese Emotionen sind meist ab einer bestimmten Intensität gedeckelt. Und das hat einen Grund. Gefühle zu zeigen überfordert viele Menschen. Wir haben zum einen nicht gelernt unsere Gefühle zu zeigen, zum anderen wissen wir schlichtweg nicht, wie fühlen geht. Im Gegenteil, wir haben gelernt unsere Gefühle zu unterdrücken. Und das ist kein Vorwurf an alle Gefühlsunterdrücker, wie auch ich einer war. Mir geht es vielmehr darum, dir bewusst zu machen, was die Folge ist. Wir haben Sätze gehört wie Reiß dich zusammen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder du sollst lieb sein. Und warum haben wir das gehört? Weil unsere Eltern oder wer auch immer das gesagt hat, überfordert waren mit der Situation. Unsere Eltern wollten nicht, dass wir schreien, weinen, rebellieren. Und ich kann das so gut verstehen. Kinder sind ein Fulltime-Job. Da bleibt meist wenig Raum für sich als Elternteil. Und es gibt unendlich viele Gründe, warum Eltern so reagieren. Und für mich ist der Kern der Sache, dass sie nicht wollen, dass das Kind gerade so ist, wie es ist. Sonst würden sie es einfach schreien oder weinen lassen. Was bleibt dem Kind anderes übrig, als zu denken, dass es anders sein muss, als kann das nur heißen, dass es etwas falsch macht. Dem inneren Impuls zu folgen und mal etwas Zucker über den Boden zu streuen, das scheint falsch zu sein, denn die Erzieherin hat lautstark geschimpft und den leckeren Nachtisch entzogen. Den Lippenstift von der Mutter zu verwenden, um schöne Bilder auf die Tapete zu malen, scheint falsch zu sein, denn sie hat fürchterlich geweint. Mit der frisch gewaschenen Hose in diese wunderschöne verdreckte Pfütze zu springen, scheint falsch zu sein, denn da hat der Vater seltsame Worte lautstark verwendet. Was bleibt dem Kind anderes übrig, als zu entscheiden, sich anders zu verhalten, damit es wieder die Zuneigung der Eltern erhält? Kein Kind möchte unzufriedene Eltern haben und jedes Kind bezieht den Gemütszustand der Eltern auf sich. ein Kind für ein mögliches Unwohl Befinden der Eltern verantwortlich und passt sein Verhalten dementsprechend an. Versteh mich bitte nicht falsch. Kinder dürfen ihre Grenzen aufgezeigt werden. Nur geschieht das aus Liebe oder aus Angst? Prüfe, was deine Eltern angetrieben hat. Wenn du Kinder hast oder siehst, prüfe für dich, was dich lenkt. Liebe oder Angst. Das kannst du auch im Nachhinein noch machen. Schließe die Augen und erinnere dich an deine eigene Kindheit. Wo sind dir Grenzen aus Angst begegnet und wo aus Liebe? Und prüfe, was dich antreibt, wenn du jemandem, das kann auch auf der Arbeit oder im Supermarkt sein, die Grenzen aufzeigen möchtest. Es lässt sich leicht unterscheiden. Wenn jemand deiner Grenze zu nah kommt oder sie schon überschritten hat, dann löst das sogenannte negative Emotion aus. Es macht dich zum Beispiel wütend oder ohnmächtig. Das geschieht aus Angst. Denn Angst ist die Grundlage, die Grundvoraussetzung für diese negativen Emotionen. Ohne Angst existieren diese Emotionen nicht. Wenn du dich mit der anderen Person verbunden fühlst, wenn du empathisch bist, wenn dein Herz ihr dann kannst du aus Liebe zu dir und aus Liebe zu der anderen Person ein klares Nein aussprechen. Wie stehst du zu den sogenannten negativen Emotionen? Ich rede von denen, die in dir sind. Stell dir einmal vor, du würdest deine Wut lieben. Stell dir einmal vor, deine Wut wäre dein bester Freund. Und wenn du jetzt denkst, dass es schon so ist, gratuliere ich dir. Dann wird es dir leicht fallen, dich bei den Menschen zu bedanken, die diese Wut in dir auslösen. Du könntest ihnen um den Hals fallen und sagen, ich danke dir von Herzen, dass du mich wieder meiner Wut näher gebracht hast. Wenn du deine Wut noch nicht liebst, dann wirst du Menschen meiden, die wütend sind oder die dich wütend machen könnten. Das ist so verrückt. Die Wut ist doch schon in dir. Niemand kann sie in dich hinein stopfen. Das ist unmöglich. Sie ist dein Baby. Du hast sie erschaffen. Wie könnte es anders sein? Sie ist in dir und wartet nur darauf, von dir gesehen und gefüllt zu werden. Und welche Wonne, wenn ein jemand Wutaktivator vor dir steht, der die Fähigkeit hat, sie in dir zu aktivieren. Oh, wie sehr wird sich deine Wut freuen, endlich aktiv werden zu dürfen. Doch was geschieht in der Regel? In dir schlummert dann immer noch die Entscheidung von damals, als die Eltern mit dir geschimpft haben und du dir so etwas geschworen hast wie ich werde nie wieder wütend sein. Diese Entscheidungen sind ins Unterbewusstsein gerutscht und wirken immer noch so, als ob es gestern gewesen wäre. Die Folge ist, dass du dich brav zusammenreißen wirst, genauso wie du es schon als Kind getan hast. Ein Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, du suchst einen Job und du findest eine tolle Firma, die dich einstellt, damit du telefonische Anfragen beantwortest. Yippie, ein ganz einfacher Job. Das Telefon klingelt zum ersten Mal, du willst rangehen und dann steht dein Chef neben dir und sagt, nein, 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 gehen sie nicht ran. Und beim nächsten Mal klingeln, sagt dein Chef wieder, nein, 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 gehen sie da nicht ran. Und so geht das dann jedes Mal. Das wäre doch irgendwie komisch, oder? Und jetzt stehen noch mehr Telefone da und die klingeln alle immer häufiger und immer länger. Es ist doch offensichtlich, dass da Anrufe beantwortet werden wollen. Der Chef stellt sogar noch mehr Telefone hin, weil alle Telefone überlastet sind. Und eigentlich will er ja auch, dass die Gespräche angenommen werden, aber er hat Angst. Die Telefone klingeln so lange und so oft, dass er inzwischen Angst hat, was die Leute da am Telefon sagen werden. Es wird ihm zu viel. Er versucht, die Lage in den Griff zu bekommen, indem er die Leitungen kappt. Und dann wird es still. Doch nun ist er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeschnitten. Genauso wie du dich bei diesem Job fühlen würdest, ergeht es deinen abgelehnten und damit nicht gefüllten Emotionen. So wie du deine Aufgabe erfüllen möchtest, möchten die Emotionen ihre Aufgabe erledigen. Doch stattdessen wurden sie von dir gerufen, um dann wieder zu hören, nein, nein, jetzt nicht. Das ergibt streng genommen keinen Sinn. Genauso wie es keinen Sinn ergibt, jemanden für eine Arbeit einzustellen, um dann zu sagen, erledigen sie ihre Aufgabe nicht. Die Ablehnung der Emotion beruht dabei auf der Bewertung durch unsere damit verbundenen Erfahrungen. Dabei ist die Emotion einfach nur eine Emotion. Sie ist nicht gut, sie ist nicht schlecht, sie ist einfach. Ist Hunger etwas Schlechtes? Nein, er ist ein Signal des Körpers, dass er ein Bedürfnis hat. So ist es mit allen negativen Emotionen. Sie signalisieren dir, dass da noch eine Angst ist, die angeschaut werden möchte. Und was ist Angst? Angst ist wiederum ein Hinweis darauf, dass du gedanklich irgendwo bist, nur nicht im wirklichen Leben. Denn das ist ja der Witz an der Sache. Angst basiert auf etwas, das nicht real ist und so entsteht ein Irrtum. Ich rede nicht von einer Gefahr oder einer Bedrohung. Ich rede von der Angst, die in dir sagt, dieses oder jenes könnte passieren. Das stimmt. Das könnte sein, ja, aber es ist nicht passiert. Die Realität ist, es ist nicht passiert, egal, was dir deine Angst erzählt. Zeige mir es geht nicht. Diese Angst gibt es nicht. Angst kennt nur zwei Zustände. Entweder etwas nicht zu bekommen oder etwas zu verlieren. Und beides hat nichts mit dem Ist Zustand zu tun. Das ist der Irrtum. Ich rede nicht von der Emotion Angst, welche durch die unwahren Gedanken ausgelöst wird. Ich rede von der Angst Geschichte in deinem Kopf. Das ist die Angst, von der ich rede. Das ist der Ursprung deiner Panik. Die Panik in dir fühlt sich real an, denn du kannst sie körperlich spüren. Den auslösenden Gedanken hingegen kannst du nicht spüren, sondern nur wahrnehmen. Die Panik entsteht erst dann, wenn du die Geschichte, also deine Gedanken für real hältst, weil du noch nicht zwischen dem unterscheidest, was eine Geschichte in deinem Kopf und was Realität ist. Die Panik entsteht aufgrund deiner Geschichte in deinem Kopf, nicht aufgrund dessen, was gerade ist. Wenn wir sagen, ich habe Angst, sagen wir in Wahrheit, ich glaube einen Gedanken, der nicht wahr ist, ich glaube einen Gedanken, der nicht mit dem übereinstimmt, was wirklich ist, ich sehe nicht, was wirklich ist. Und möglicherweise hast du jetzt ein paar Ja, aber in deinen Gedanken, ja, aber wenn mir jemand eine Knarre an den Kopf fällt, dann habe ich doch zu Recht Angst, dass er mich erschießt. Und ich sage, ich rede nicht von Recht oder Unrecht. Ich sage, die Angst erzählt dir, was passieren könnte. Du lebst ja noch. Ja, du könntest sterben, aber du lebst noch. Merkst du den Unterschied? Stellt diese Situation eine Gefahr dar? Vermutlich, wenn es sich nicht um eine Spielzeugpistole handelt. Wenn du in deiner Angstgeschichte bist, wirst du nicht sehen können, ob es eine echte oder unechte Pistole ist. Du bist ja gar nicht da. Du bist in deiner Geschichte versunken. Das ist der Unterschied zwischen Angst und Gefahr. Die Angst holt dich aus dem Moment heraus und erzählt dir etwas, was jetzt nicht ist. Du begibst dich in eine Fantasiewelt, die nur in deinem Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist die Basis des Erleuchten. Daher kann ich es oft gar nicht oft genug sagen. Aufwachen heißt, zu erkennen, was real ist und was nicht. Raus aus der Gedankenhöhle zu kommen und das wahre Licht zu sehen. Zu erkennen, dass Angst und das damit verbundene Leiden auf einem einzigen Irrtum basiert. Angst trennt dich von der Realität ist. Denn in deiner Angst bist du immer alleine. Niemand kann mit dir in deine Gedankenwelt eintauchen, so wie du jemanden nicht in seine Gedankenwelt begleiten kannst. Selbst wenn er dir schildert, wie es dort ist, baust du dir deine eigene Welt auf. Es kann ein Abbild, eine Kopie sein, aber nicht ein und dieselbe Welt. Liebe dagegen verbindet, denn die Liebe ist das, was ist. Dort können wir uns begegnen. Wir sehen und hören das Gleiche. Wir sind im selben Raum dessen, was wirklich ist. Wenn du der Geschichte im Kopf folgst, dann handelst du aufgrund der Angst. Dann erzeugst du angstgesteuerte Handlungen und du erntest, was du siehst. Angst erzeugt Angst. Unterbrich diesen Kreislauf. Beginne deine Angst zu lieben. Sie ist auch ein Baby von dir, wie jede daraus resultierende negative Emotion. Sie heißen negative Emotionen, weil sie noch entwickelt werden wollen. Wie ein Film aus der alten analogen Fotografie. Niemand ist je auf die Idee gekommen, zu sagen, dass ein Film für den Fotoapparat etwas Schlechtes wäre, weil er die Wirklichkeit als negativ abbildet. Dort ist es selbstverständlich, dass wir den Film entwickeln und aus diesen negativen unsere positiven erhalten und so die ganze Schönheit des Bildes genießen. Das eine geht nicht ohne das andere. Es sind die zwei Seiten einer Medaille. Wir dürfen lernen, wieder eine Verbindung zu unseren Emotionen herzustellen und ihnen Raum und Aufmerksamkeit geben. Liebe deine Angst. Das ist das Letzte, womit sie rechnet. Erkenne deine Ängste und schaue sie dir so genau wie möglich an und du wirst immer mehr erkennen, dass es nicht die Realität ist, sondern nur eine Geschichte in deinem Kopf. Verdränge sie nicht, das ermächtigt sie nur noch mehr. Nimm deine Emotionen, die daraus entstehen, ernst. Sie wollen gefühlt werden. Sie sind deine Babys und wollen genauso geliebt werden wie jedes Wesen auf dieser Erde. Jede noch so große Angst, jede noch so aufgestaute Emotion entpuppt sich als es war gar nicht so schlimm wie ich immer dachte. Es ist noch nie jemand daran gestorben, dass er seine Emotionen gefüllt hat, aber es sterben viele Menschen, weil sie sich von sich selbst abschneiden und ihr Herz verschließen. Es entsteht ein Energiestau und so entziehen sie sich selbst die Lebensenergie. Halte inne und lasse diesen Text wirken. Du bist der, der dein Leben gestaltet. Du bist dein eigener Schöpfer, bewusst oder unbewusst. Und jeder hat ein Recht auf Leiden. Es gibt keine Ausnahme. Es ist deine Wahl. Sei es bewusst oder unbewusst, Angst oder Liebe. Niemand kann und wird dir diese Entscheidung abnehmen. Es ist dein Wille und es liegt an deiner Verantwortung. Wenn du leidest, dann glaubst du noch unwahre Gedanken und das ist okay. Ich will dir deine Gedanken nicht nehmen, ich könnte es auch gar nicht. Wenn Leiden der Weg ist, der dich zu dir führt, dann danke dem Leid. Und wenn du an einen Punkt gekommen bist, wo du merkst, es geht so nicht weiter, gratuliere. Verzweifle nicht daran, wenn du noch nicht weißt, wie. Sei gnädig zu dir. Lass dir helfen. Lass dich bei diesem Prozess unterstützen. Glaube mir, du hast nichts in dir, du machst nichts durch, mir, du hast nichts in dir, du machst nichts durch, was nicht schon jemand anderes durchgemacht hat. Es ist normal, an einen Punkt anzukommen, an dem man nicht weiter weiß. Und das gehört zum Leben dazu. Glaube nicht, dass andere mit einem Geheimrezept geboren wurden, welches dir verwehrt bleibt. Es ist etwas in dir, das entdeckt werden will. Niemand kann dir ein Rezept ausstellen und dann bist du für immer geheilt. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du besitzt die Macht, dir dein Leiden zu erschaffen und du kannst es wieder beenden und auflösen. Es kann gar nicht anders sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Es würde nicht funktionieren, wenn das Leben sagen würde, bei dir mache ich eine Ausnahme, du bist nur dazu da, um zu leiden. Was wäre das für eine Gesetzmäßigkeit? Für diesen Menschen gilt das eine Lebensgesetz für den anderen nicht? Nein. Wir sind da alle gleich und das ist gut so. Das macht es gleichzeitig unheimlich einfach. Wenn du einmal erkannt und erfahren hast, was es bedeutet, diese Macht in dir zu tragen, dann gibt es kein zurück mehr. Wie in dem Film Morpheus vor Neo sitzt und ihm eine rote und eine blaue Pille hinhält. Du kannst die blaue Pille schlucken und alles ist wie vorher. Du wirst aufwachen, als sei nichts gewesen. Oder du nimmst die rote Pille und tauchst in die reale Welt ein. Doch es gibt kein zurück mehr. Einmal dort eingetaucht, wirst du nach mehr verlangen. Du wirst spüren, da ist mehr als das, was bis jetzt sichtbar ist. Welche Pille soll es sein? Und Morpheus sagte auch, ich kann dir nur die Tür zeigen. Durchgehen musst du selbst. Übung Schau in deinem Umfeld, wo es Menschen gibt, die in dir negative Gefühle auslösen. Über andere Menschen an die eigenen Gefühle zu kommen, ist die einfachste Methode. Denk an einen Menschen, den du nicht ausstehen kannst. Es ist dabei egal, ob dieser Mensch noch lebt oder nicht. Zu welcher Eigenschaft von diesem Menschen sagst du, ey, das geht überhaupt nicht? Und welche Gefühle löst dieser Mensch beziehungsweise die Eigenschaft in dir aus? Erstell eine Liste dieser Eigenschaften, wenn du magst, auf der nächsten Seite und den entsprechenden Gefühlen. Diesen Eigenschaften widme ich mich, jetzt verhasse ich mich aber ganz schön, weil ich gelesen habe, das auf der nächsten Seite, aber du hältst das Buch ja gar nicht in deinen Händen. Erstelle eine Liste dieser Eigenschaften und den entsprechenden Gefühlen. Diesen Eigenschaften widme ich mich in dem Kapitel, warum ich bin, was ich nicht sein möchte. Widme dich deinen Gefühlen. Nimm dir Raum und Zeit, setz dich hin und atme in dieses Gefühl hinein mit der Haltung Ja, dieses Gefühl darf jetzt da sein. Atme dabei in die Körperstelle hinein, in der du die Emotion wahrnimmst. Ohne zu atmen kannst du nicht fühlen, denn den Atem anhalten heißt, nicht fühlen zu wollen. Atme in die Stelle in deinem Körper, wo es sich unangenehm anfühlt. Sollte Schmerz auftreten, dann ist das noch das Nein zum fühlen. Erlaube dir das und atme dich durch diesen Schmerz und lass das Gefühl durch deinen ganzen Körper fließen. Erlaube dir, dir dabei Unterstützung zu suchen. Das kann ein Meditationsabend, ein Therapeut oder ein guter Freund sein. Schreibe ein Emotionstagebuch. Notiere dir, welche Emotionen in welcher Situation in dir auftauchen. Lerne deine Emotionen immer besser kennen. Öffne dich dem Gedanken, dass sie einmal die besten Freunde werdet und Hand in Hand durchs Leben geht. Ja, das war Why Worry von Art Garfunkel gespielt für die Rita und danach Coldplay Oh Hidden Track gespielt für die Christine und sie war mit Segeln und grüßt damit den Himmel, das Wasser, die Wellen und natürlich uns gemeinsam auf dem Schiff. Danke liebe Christine und du hörst Radio Rheinwelle 92,5 mit Marius Lebensimpulsen die Sendung für deinen Persönlichkeits Kick Persönlichkeits Kick Ich heiße Marius Schäfer und schaffe es jedes Mal dass ich irritiert bin in einer Sendung mich hat jetzt irritiert dass das Lied hier zu Ende ist weil es eine ganz lange Pause hat und dann geht es nochmal weiter und da hören wir jetzt einfach mal rein denn die Stelle kenne ich noch nicht So jetzt jetzt kennen wir auch den Hidden Track von Coldplay und oh Fly On ist noch der Untertitel von dem Lied und endlich enttäuscht ich habe eben ein sehr langes Kapitel vorgelesen und ich bin in der Verlockung zu sagen eins der wichtigsten Kapitel nur ich gestehe ich habe das Gefühl dass so viele Sachen immer wieder wichtig sind und doch ist das mit dem Gefühle fühlen glaube ich eins der zentralen Dinge im Leben die wir wirklich wirklich lernen dürfen also wo wir wieder hinkommen dürfen dass wir einfach die Gefühle fühlen so wie sie da sind und das Schöne ist das ist ja genau das wie wir geboren wurden das heißt von Natur aus fühlen wir unsere Gefühle und haben auch gar kein Problem damit das heißt ein Kind ein Baby oder ein Kind hat diese Bewertung noch gar nicht dass das was Schlechtes wäre das Kind weint das Kind schreit das Kind ist einfach so wie es ist und dann wird es ihm abtrainiert aber warum eigentlich habe ich es in dem Kapitel beschrieben weil wir es selbst nicht gelernt haben und weil wir es selbst nicht aushalten unsere Gefühle zu fühlen und die Grundhaltung ist sozusagen wenn ich das nicht darf dann darfst du das auch nicht wenn ich mit meiner Trauer Wut Scham Schuld nicht im Frieden bin dann kann ich auch nicht mit deiner Trauerscham Schuld Wut im Frieden sein du bist da ein ganz klarer eindeutiger Spiegel und das ist ja das Schöne über dich und deine Wut komme ich an meine Wut und meine Wut ist dazu da um mit ihr in den Frieden zu kommen und irgendwann fällt vielleicht die Bewertung weg und dann ist das einfach in Ordnung traurig zu sein im Gegenteil das ist im Grunde um was Schönes das ist eben berührend aus einer Nein Traurigkeit wird ein Ja ich darf traurig sein und Ja ich darf berührt sein und wo ist das Problem das ist doch das was uns Menschen zu Menschen macht dass wir Emotionen haben und fühlen und ich wiederhole mich irgendwann darf die Bewertung wegfallen in gute oder schlechte Emotionen sondern einfach nur in Emotionen und wenn du die vorletzte Sendung gehört hast da ging es um die fünf Schritte der Verwandlung vom Robert da ist das fühlen der Emotionen eine der Schritte und es ist eben der Schritt wo die meisten hängenbleiben weil sie eigentlich eine Ablehnung haben gegen diese Emotionen und halten sie das irgendwie aus und glauben ah jetzt habe ich sie ja gefühlt und jetzt soll sie aber auch mal weggehen es geht wirklich darum zu dem Punkt zu gelangen zu sagen die Emotion darf da sein und ich will sie nicht wegmachen und das ist somit eine der größten Herausforderungen die ich in meinem Leben hatte weil ich hintenrum immer gesagt habe ja ja also vorne rum habe ich gesagt ich fühle meine Trauer und dann geht es aber auch weg also das ist eine der größten Fallen das erlebe ich bei meinen Coachings immer wieder wenn ein Klient dann ganz ehrlich zu sich ist stellt er fest naja ich mache das nur damit es weg geht und ein Gefühl lässt sich nicht austricksen es geht nicht du kannst dich da selbst am Ende nicht belügen du kannst es versuchen es wird nicht funktionieren so ich habe eben zwei Lieder gespielt für die Rita und die Christine und falls du liebe Zuhörerin liebe Zuhörer auch einen Musikwunsch hast freue ich mich über eine Nachricht von dir auf welchen Kanal auch immer ich bin auf den üblichen Kanälen Social Media zu erreichen sei es jetzt über Instagram Facebook Whatsapp E-Mail und meine E-Mail lautet radio at Marius Bindestrich Schäfer .de mit A-E oder du kannst mir eine Whatsapp schicken an den 0170 65 64 165 SMS funktioniert bei der Nummer leider nicht 0170 65 64 165 gerne eine Whatsapp mit deinem Musikwunsch und dann schaue ich mal was ich machen lässt ich befrage die Engel als Ratgeber und die sagen mir dann das geht oder es geht nicht nein Spaß beiseite ich freue mich über deinen Musikwunsch und auch über sonstige Rückmeldungen weiter im Programm mit dem nächsten Kapitel das fällt etwas kürzer aus und zu Beginn habe ich ja immer ein Zitat und dann das Kapitel selbst geschrieben habe ich immer erst die Kapitel und habe dann gesucht welches Zitat passt zu dem Kapitel und falls du die letzte Sendung noch nicht gehört hast dort erkläre ich am Anfang das mit den Übungen ist absolut freiwillig also es geht nicht darum dass du die Übung machen musst sondern wie immer es ist eine Einladung diese Erfahrung zu machen warum ich bin was ich nicht sein möchte was du an anderen ablehnst lehnst du auch an dir ab und wenn du versuchst es zu vergraben wird es einen Weg an die Oberfläche finden und sich so zeigen dass du es nicht merkst so kann es sich von dir nicht erkannt austoben kennst du das etwas an dir gefällt dir nicht und du nimmst dir vor es zu ändern und so sehr du dich auch bemühst es gelingt dir nicht oder zumindest nicht für eine lange Zeit ich will heißt ich bin es nicht ich will reich sein denke ich nur wenn ich mich arm fühle ich will schlank sein denke ich nur wenn ich mich dick finde ich will den Mount Everest besteigen denke ich nur wenn ich nicht oben stehe ich will heißt ich bin es nicht dagegen ist ich bin die stärkste Form des Erschaffens denn es geschieht in genau dem Moment in dem du es aussprichst was mir sehr oft in meiner Arbeit mit Menschen begegnet ist die Ablehnung anderer Menschen oder genauer gesagt die Ablehnung von bestimmten Eigenschaften anderer Menschen wenn ich meinen Bruder treffe könnte ich an die Decke gehen oder dieses oder jenes regt mich am anderen tierisch auf stell dir einen Kreis vor und dieser Kreis beinhaltet alle Eigenschaften die es gibt freundlich unfreundlich hilfsbereit ablehnend motiviert unmotiviert und so weiter alles ist in diesem Kreis und der Kreis das bist du du hast alles in dir und wenn du das vielleicht noch nicht glaubst oder nicht glauben möchtest nicht und noch mal und der Kreis das bist du du hast alles in dir auch wenn du das vielleicht noch nicht glaubst oder nicht glauben möchtest wir sind alles wir haben alles in uns es kann gar nicht anders sein ich sage nicht dass du alle Eigenschaften rund um die Uhr lebst aber du hast sie alle in dir wie könnte ein Mensch freundlich sein und ein anderer diese Eigenschaft nicht in sich haben wir haben alle das gleiche Betriebssystem Mensch auf unserer Festplatte was unterscheidet uns in der Möglichkeit die Eigenschaft zu haben nichts in dem Kreis sind also alle Eigenschaften enthalten nun haben wir gelernt dass bestimmte Eigenschaften nicht gut sind oder sie wurden uns verboten sei schön freundlich zur Tante Y heißt ja automatisch ich darf nicht unfreundlich zu ihr sein und damit hat Unfreundlichkeit das Etikett schlecht bekommen und wird verdrängt wir können nicht 24 7 52 12 Stunden Tage Wochen Monate im Jahr freundlich sein das geht nicht das ist unnatürlich aber wir verbiegen uns um dieses Meisterstück zu vollbringen und somit komprimieren wir die Eigenschaft Unfreundlichkeit sie wird unterdrückt zusammengequetscht und an ihre Stelle tritt eine scheinheilige Freundlichkeit sie ist nicht echt sie ist gespielt und das merkt mein Gegenüber vielleicht nicht das spielt für ihn auch keine Rolle für mich allerdings schon denn was passiert wenn du Energie zusammendrückst beziehungsweise komprimiert beziehungsweise komprimierst sie möchte sich wieder ausdehnen in ihren Ursprungszustand und so ist es auch mit der Unfreundlichkeit und allen anderen unterdrückten Eigenschaften in dir sie wollen wieder ihren eigenen Platz einnehmen aber das können sie nicht unbewusst oder bewusst verbietest du es ihnen und sie haben nur zwei Möglichkeiten sich dennoch kurzfristig wieder auszudehnen erstens wenn du keine Kraft mehr hast sie zu unterdrücken oder wenn du nicht aufpasst was so viel bedeutet wie wenn du unbewusst bist im ersten Fall bringt der bekannte Tropfen das Fass zum Überlaufen dann bist du zu weit gegangen und hast schon viel zu lange diese Energie kleiner und kleiner gepresst wie bei einem Extruder kommt es explosionsartig zu einer Ausdehnung der Energie und alle Unfreundlichkeit sprudelt nur so aus dir heraus bam jetzt bist du nicht mehr Herr deiner Sinne und weißt selbst nicht wie dir geschieht und was du machst die Emotion hat dich im Griff und es gibt kein Halten mehr es sprudelt nur so aus dir heraus zweitens du bist unbewusst dann lebst du die Eigenschaft Unfreundlichkeit ohne dass du es merkst in dem Irrglauben dass du doch niemals unfreundlich bist das ist die häufigere der beiden Varianten und betrifft fast alle Menschen das lässt sich ganz einfach überprüfen frage jemand anderen ob er manchmal unfreundlich ist wenn er es ablehnt dann weißt du dass er entweder dich oder sich oder euch beide belügt die Wahrheit kann nur lauten ja manchmal bin ich auch unfreundlich wenn es jemand abstreitet dann heißt es dass er diese Eigenschaft unterdrückt und diese somit unbewusst leben muss das ist energetisch gar nicht anders möglich daher gibt es auch bei dir Bereiche in denen du genau das lebst was du nicht sein möchtest ohne dass es dir bewusst ist übung frage dich selbst was lehne ich an anderen menschen ab beschränke dich nicht auf eine person schreib den namen der person auf die eigenschaft die du ablehnst und welches gefühl diese eigenschaft in dir auslöst zum beispiel nachbars junge unverschämt er hört laut musik wut diese eigenschaften und gefühle sind deine tür in deine persönliche freiheit dort ist noch gebündelte ungenutzte energie in dir nutze diese liste um sie abzuarbeiten widme dich einer eigenschaft nach der anderen und fühle das damit verbundene gefühl fühle die wut und dreh bei dir auch mal die musik etwas lauter erlaube dir in einer anderen situation einmal unverschämt zu sein so body is a cage das war peter gabriel und my life is going on cecilia krull 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 und my body is a cage ist aus der serie dark und my life is going on ist aus der serie haus des geldes ich bin ja ein großer serien junkie und verfalle diesen sozusagen regelmäßig also ich gucke in dem Sinn kein fernsehen ich zappe nicht irgendwie wild durch die gegend sondern ich liebe es mir eine serie rauszusuchen und die anzuschauen und so auch geschehen letzte nacht eigentlich wollte ich schon ins bett gehen und dann habe ich mit skyline oder skylines angefangen eine serie die hier in frankfurt spielt und dann hat es noch ein paar stunden gedauert weil ich eine folge nach der anderen geschaut habe also diese beiden lieder aus dark haus des geldes und gerade dark ist wie ich finde eine sehr interessante serie die auch hier thematisch ganz gut passen würde oder ganz gut passt doch das stelle ich mal zur seite endlich enttäuscht ich blättere in meinem buch und grübel ob ich nicht gerade irgendwas vergessen habe dann wird es mir wieder einfallen an sich ist nichts weder gut noch böse das denken macht es erst dazu william shakespeare sei was du ablehnst wenn du eigenschaften oder verhaltensweise bei anderen ablehnst wirst du sie auch an dir ablehnen das annehmen und das ausleben können diese eigenschaften machen dich zu einem freieren und lebendigeren menschen ich kann gar nicht oft und deutlich genug sagen wie wichtig das erkennen und annehmen der polarität ist in der wir leben es gibt keine non polarität auf der erde und solltest du anderer meinung sein freue ich mich über den beweis nicht zu verwechseln mit non dualität das ist allerdings ein anderes kapitel klar es gibt nur das was es gibt und das schließt das ein was es nicht gibt doch würde es das was es gibt auch geben wenn es das nichts nicht gebe das eine kann ohne das andere nicht existieren die realität und die fiktion die polarität ist allgegenwärtig du atmest ein und aus es gibt tag und nacht mit helligkeit und dunkelheit und so weiter ausführlicher habe ich darüber im kapitel nicht schlecht ist nicht gut geschrieben alles hat seinen sinn alles ist gut so wie es ist irgendwann in unserem leben haben wir allerdings angefangen zu bewerten dann sagten wir das ist schlecht ich lehne es ab ich will damit nichts zu tun haben wer liebt schon seine traurigkeit oder seine wut wer liebt zu 100% seinen Mann oder Frau sein wir wollen freude ja wir wollen leichtigkeit ja wir wollen harmonie ja aber was ist mit den gegenpolen mit der polarität ist es wie mit einer medaille sie hat zwei seiten auf der einen steht freude und auf der anderen leiden und da wir im normalfall nicht leiden wollen versuchen wir diese münze los zu werden nur geben wir damit auch unsere freude ab das eine geht nicht ohne das andere es ist nicht möglich es ist die gleiche energie nur umgepolt lehnst du die eine energie ab lehnst du damit auch die andere ab es geht nicht anders je mehr du dein leiden ablehnst desto weniger freude wirst du in deinem leben haben können es ist so als ob du sagst ich brauche mein rechtes bein nicht ich hab ja noch mein linkes und dann humpelst du nur noch durchs leben kannst du machen ist aber weder besonders sinnvoll noch effektiv im gegenteil du machst es dir nur unnötig schwer und es ist erstaunlich wie unnötig schwer wir es uns alle immer wieder und wieder machen ich sehe überall Menschen auf einem Bein durch die Gegend hüpfen und das ohne dass es ihnen bewusst ist und sie wundern sich warum sie kaum vorwärts kommen und andauernd auf es ist ausgeglichen der natürliche zustand des lebens ist dass alles im ausgleich ist in der mitte im gleich gewicht in ordnung es ist alles sowohl als auch du hast männliche und weibliche anteile in dir du hast trauer und freude in dir du atmest ein du atmest aus das eine geht nicht ohne das andere du kannst nicht immer nur einatmen das geht nicht das ausatmen darf genauso genossen werden wie das einatmen und umgekehrt das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere einatmen ausatmen das entspricht dem rhythmus des lebens du bist alles du hast alles nur wenn du beide pole in dir liebst kannst du das leben in vollen Zügen genießen dann kannst du dich als ganzes erkennen sonst schneidest du dich innerlich immer ein Bein ab stell dir ein hängendes Pendel vor normalerweise würde es einfach entspannt hängen wir aber nehmen es ziehen es auf eine Seite und halten es fest das kostet Kraft manchmal lassen wir es aus versehen los oder weil wir keine Kraft mehr haben und es schwingt auf die andere Seite aber das wollen wir ja gar nicht also muss es schnell wieder zurück anstrengend was interessanterweise oft genau so passiert nachdem was interessanterweise oft passiert nachdem jemand seine Einseitigkeit entdeckt hat ist dass er dann erst einmal nur das Gegenteil lebt so als ob er Nachholbedarf hat und viele finden verständlicherweise Gefallen an diesem Gegenpol denn genau dort sind ja die persönlichen Freiheiten und versteckten Energien enthalten das ist auch ein wichtiger Vorgang und doch ist das noch nicht der natürliche Zustand das ist halt das gleiche nur andersherum und doch begibt man sich so auf ein Neuland das entdeckt werden will wenn es dich wenn dich das betreffen sollte halte den Pendel dort nicht zu lange fest sonst wiederholt sich das Leiden sonst ist es einfach nur die andere Hälfte des Lebens frei zu sein bedeutet sowohl als auch Übung schreibe auf wo du einseitig lebst wenn du möchtest kannst du dafür die nächste leere Seite verwenden meditiere darüber lass nicht einfach den Kopf entscheiden geh tief in dich und schreibe deine Erkenntnisse auf nimm dir viel Zeit dafür es ist wichtig Überlege gekauft und hab Bier getrunken und Zigaretten geraucht und es ist unglaublich was ich alles erlebt habe ich werde davon allerdings nicht ausführlicher berichten mach deine eigenen Entdeckungen und Erfahrungen nur so viel muss ich mich jetzt jeden Tag an einen Kiosk stellen nein kann ich wenn ich möchte ja denke und fühle ich jetzt anders über und mit den Menschen die tagsüber an einem Kiosk stehen und trinken und rauchen absolut steig jetzt aus aus dem Kokon Mr. Me mit Kokon und sein neues Album kommt jetzt bald raus Ende verdammt ich hätte es mir aufschreiben sollen das Ende vom Hass heißt es und am 29 Januar ist auch hier in Wiesbaden meine Karten hängen schon zu Hause und ich freue mich sehr drauf du hörst Radio Rheinwelle 92,5 und die Sendung heißt Marius Lebensimpulse die Sendung für deinen Persönlichkeitskick mein Name ist Marius Schäfer und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum wie du das Leben leben kannst das sich dein Herz wünscht ich habe eben vorgelesen aus meinem Buch und das werde ich jetzt auch tun bis ich damit durch bin eben ging es darum jetzt muss ich zurückblättern sei was du ablehnst und ich habe am Ende der Übung erwähnt schlüpfe mal in die Rolle dessen was du so ablehnst weil es geht ja darum zu entdecken welches Geschenk da drin liegt welche Kraft welche Freude auch da drin liegt und ich habe es im Buch jetzt nur kurz erzählt dass ich zu einem Kiosk gefahren bin und zwar genau zu dem Kiosk wo ich aufgewachsen bin ich bin ja Heddenheimer ich bin in Heddenheim aufgewachsen ich bin gebürtiger Frankfurter aus dem Nordwestkrankehaus Frankfurt da bin ich auf die Welt gekommen aber man hört mir das ja nicht mehr so an und also in Heddenheim bin ich zum Kiosk gegangen zu dem Kiosk wo ich als Kind schon immer hin bin und mir gerne ein Eis gekauft habe das gab es immer noch das hat jetzt irgendwann in den letzten zwei Jahren hat es zugemacht aber es gab es noch die haben sozusagen für mich noch extra offen gelassen und ja ich bin mein Leben lang Nichtraucher ich habe es zwar ein bisschen probiert oder immer mal wieder probiert aber ich kann einfach nicht rauchen ich muss da immer husten und auch mit Alkohol habe ich es nicht so ich trinke zwar selten mal was aber der Alkohol und ich wir sind einfach nie Freunde geworden ich habe es auch oft versucht aber wir haben uns einfach nie wirklich gut angefreundet auf jeden Fall fahre ich zu dem Kiosk um neue Erfahrungen zu machen und dann trinke ich so mein Bier rauche meine Kippe und das war einfach unglaublich wertvoll und schön zu erleben wie das da ist zu stehen also einerseits die Leute zu beobachten die da was gekauft haben hey Alter gibst du mir drei Lakritzschnecken und zwei Gummibirchen und ähm ich hatte gehofft eigentlich dass da mehr Leute stehen mit denen ich quatschen kann es kam aber nur einer das war ja mittags unter der Woche es kam nur einer und der war schon ziemlich betrunken und wir haben uns mit Händen und Füßen unterhalten so gut es ging und das war einfach so schön es war so herzlich und wir hatten so wir hatten so schöne Gespräche würde ich sagen aber das es war eine so schöne Begegnung das ja bin wieder mal an so einem Punkt wo ich etwas beschreiben möchte und mir im Grunde genommen die Worte fehlen es war eine wunderschöne Begegnung und da kann ich nur diese Einladung wiederholt aussprechen erlaube dir in die Rolle dessen zu schlüpfen was du ablehnst und lerne so mal kennen wie schön es sein kann und wenn du es machst freue ich mich sehr über deinen Bericht was du so erlebt hast und ganz ähnlich ist auch das nächste Kapitel wenn auch der Welt die Liebe herrschte wären alle Gesetze entbehrlich Aristoteles so wie ich das Einzige was dich von deinem gegenüber unterscheidet ist eure Geschichte wenn du glaubst ein anderer Mensch wäre nicht so wie du dann irrst du dich wir sind alle gleich wir unterscheiden uns nur durch unsere Erlebnisse und unser Aussehen es gibt Gesetze die wurden von Menschen geschaffen und es gibt Gesetze die das Leben schreibt eines dieser Lebensgesetze ist das Spiegelgesetz Angenommen es gäbe keine Spiegel in denen du dich sehen könntest woher wüsstest du wie du aussiehst du könntest zwar ein Teil von dir sehen deine Hände deine Beine und andere Teile deines Körpers aber du könntest dir nie ins Gesicht schauen es wäre unmöglich du wüsstest nie wie du wirklich aussiehst das heißt du bist auf etwas anderes angewiesen um dich selbst zu sehen und das ist der Spiegel ein Badezimmerspiegel ermöglicht es dir dich selbst zu betrachten und viele Menschen tun das auch täglich du kannst dir deine Falten anschauen und was du sonst noch so im und am Gesicht hast doch dies ist dein Körper dein Äußeres wann hast du dir das letzte Mal lang und tief in die Augen geschaut wann hast du dich das letzte Mal im Spiegel betrachtet und versucht das zu sehen was in dir steckt es gibt so viel zu entdecken du bist mehr als dein Körper der Badezimmerspiegel zeigt dir deinen Körper doch das ist nicht alles du bist mehr als das das was der Badezimmerspiegel für deinen Körper ist sind die Menschen für deine Seele jeder Mensch der dir begegnet ist ein Spiegel deines Selbst du kannst dich darin sehen und erkennen doch wenn du denkst du siehst einen anderen Menschen erkennst du nicht dass er dein Spiegel ist und zwar so lange bis du dich selbst erkennst dann erst wirst du anfangen den Menschen zu sehen der vor dir steht bis dahin stehst du immer selbst vor dir damit du erkennen kannst wer du bist und wer du nicht bist es ist ein Liebesdienst eines jeden Menschen dir zu zeigen wer du auch bist doch da du bestimmte Dinge und Eigenschaften im Leben und an Menschen ablehnst lehnst du auch bestimmte Menschen ab und damit auch dich selbst alles was du an einem anderen Menschen ablehnst hast du auch in dir alles was du an einem anderen Menschen bewunderst hast du auch in dir alles was dich trifft betrifft dich ich habe vieles ausprobiert um zu beweisen dass dieses Gesetz Ausnahmen hat und für bestimmte Bereiche Personen oder Situationen nicht gilt ich bin erfolgreich gescheitert ich habe keinen Weg gefunden diesem Gesetz entgehen zu können wenn etwas in dir eine Resonanz auslöst dann hat es mit dir zu tun wenn in dir etwas auf Resonanz stößt kannst du es zwar ignorieren doch dann ist das ein Zeichen dass es noch etwas in dir gibt das du ablehnst da kommt ein unangenehmes Gefühl in dir du sagst der andere muss sich ändern damit du dieses unangenehme Gefühl nicht in dir hast dann machst du die anderen verantwortlich für deinen Zustand dabei ist der andere nur der Auslöser der Knöpfedrücker der Sprengmeister das Dynamit das steckt in dir wenn es nicht in dir wäre könnte er es nicht zur Sprengung bringen glaubst du der andere würde das Dynamit in dich hineinstopfen glaubst du du müsstest dich gegen dieses Dynamit verteidigen und dich davor schützen dann wird die Menge an Dynamit in dir nur noch größer werden wenn kein Dynamit in dir wäre was würde passieren wenn jemand auf diesen Auslöser drückt exakt es hätte keine Wirkung spüre wo das Dynamit in dir vorkommt nimm wahr dass es jetzt da ist Lerne es lieben und es wird dich in deine kraftvolle Präsenz bringen es ist dein Dynamit es gehört niemand anderem es ist dein Baby nur dein ist ganz alleine andere machen dir bloß bewusst dass es da ist daher noch einmal spüre was in dir ist erst wenn du erkennst dass der andere genauso ist wie du dass es ein ungeliebter Teil in dir ist der deiner Aufmerksamkeit möchte wenn du bereit bist diesen ungeliebten Teil in die Arme zu nehmen kann der andere dich nicht mehr zum explodieren bringen Übung Jedes mal wenn du an jemand anderen etwas kritisierst formuliere für dich in Gedanken einen klaren Satz und füge am Ende hinzu so wie ich auch zum Beispiel mein Sohn ist total unordentlich so wie ich auch meine Stiefmutter ist unausstehlich so wie ich auch der Kellner ist unhöflich so wie ich auch finde heraus wann du selbst unordentlich unausstehlich oder unhöflich bist und fange an es dir zu erlauben zelebriere mindestens einmal deine bewusste Unordentlichkeit Unausstehlichkeit oder Unhöflichkeit und beobachte dich dabei was macht das mit dir und hier so auf mein Büchlein schaue habe eben nochmal drin geblättert also ich habe jetzt ungefähr etwas mehr als zwei drittel gelesen das heißt auch die nächsten Sendungen werde ich dich damit beglücken oder belästigen der eine mag das so sehen der andere so und wenn du dir diese Folgen Sendungen nochmal anhören möchtest dann kannst du das jederzeit tun und zwar überall dort wo es Podcasts gibt iTunes Spotify wo auch immer wo auch immer überall auf meiner Webseite marusschäfer.de ja falls du Lust hast dir nochmal die alten Sendungen anzuhören dann ist da Podcast natürlich ein wundervoller Weg doch diese Sendung war und ist live hier auf Radio Rheinwelle 92,5 und wenn du hier aus der Gegend bist Wiesbaden Mainz und du hast auch Lust mal ein bisschen Radio zu machen dann schau dich mal um auf der Webseite von Radio Rheinwelle radio rheinwelle.de denn das ist dein Mitmachradio für jedermann also vielleicht gibt es ja auch etwas worüber du gerne sprichst redest wo du was zu erzählen hast dann findest du alle Informationen wie das funktioniert auf der Webseite meine nächste Sendung findet wie immer in zwei Wochen statt das ist der Montag der 21.10 wie immer von 15 bis 17 Uhr und in zwei Wochen gibt es dann auch wieder einen Stammtisch zu dem du jetzt schon mal herzlich eingeladen bist Save the Date Ich bedanke mich fürs Zuhören fürs Dabeisein fürs Mitmachen fürs Mitwirken ich bedanke mich bei mir dem kleinen Marius der hier viel Freude hat zu sitzen und zu reden und ich freue mich wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen hab eine wundervolle Zeit genieße das Leben dafür ist es da und denke mal dran du bist wundervoll weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de www.marius-schäfer.de www.marius-schäfer.de